Hey Leute, ich bin's wieder. Ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende. Und kennt ihr das auch, die üblichen Drückeberge auf der Arbeit? Ich sag's euch, es macht keinen Spaß mehr. Ein Irre, ein Däne und ein Deutscher stehen in der Kneipe. Die Tür geht auf, der neue Gast tritt ein. Jesus. Ich heine durch Handauflegen, verkündete. Der Irre sogleich, hier ist mein Tennisarm. Jesus legt seine Hand auf den Arm und, super, sagt die Irre, der Schmerz ist weg. Kommt der Däne zu Jesus, mach mal meinen Nacken wieder ganz, der tut auch ganz schön weh. Gesagt, getan, Jesus heilt durch sein Handauflegen auch den Dänen und dreht sich zum Deutschen um. Darauf antwortet der Deutsche, fass mich ja nicht an. Ich bin doch sechs Wochen krankgeschrieben und das soll auch so bleiben.